Man kann sich das jetzt vielleicht noch nicht vorstellen, aber sicher ist, Weihnachten kommt auch dieses Jahr. Van Himmel hoch da! Nur diesmal wird alles anders. Mama, reg dich nicht auf. Das ist nur ein Elch. Äh, pardon, n'moi madame, verzeihen Sie. Gestatten, mein Name ist Moose, Mr. Moose. Ein Sprechender? Fliegender? Ey, das glaubt uns kein Mensch. Wie funktioniert das eigentlich mit dem Fliegen? Moose! Was war das? Das war meine Freundin Gerlinde. Was? Er kommt. Der. Herr Chef. Sind Sie Omas neuer Freund? Oder einer dieser Ex-Männer? Ich bin der Weihnachtsmann. Bist du auch einen heimlichen, allergrößten Weihnachtswunsch? So einen, den man sich nicht mal traut, auf den Wunschzettel zu schreiben. Ab November wird es wahr. Es ist ein Elch entsprungen. Sind Sie ein Filou? Einer, der Frauen anmacht. Nein. Schade eigentlich. Oma, was über das? Wir sind. Es geht an der Politik.